Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Seele! Heute in der 2.2, die Masterzahl 22. Ja, wir werden begleitet seit dem 19.05. bis zum 28.05. in dieser Quersumme 2222, der Mastercode. Und in dieser Portal-Tagreihe vom 19. bis 28.05. Und es ist was ganz was Besonderes, dass wir hier diese Quersumme haben, in der wir heute sind am 22. Die Hohe Priesterin in doppelter Komponente. Ja, und ich habe extra das nochmal so ausgelegt wie ein Dreieck, weil mir kam im inneren Auge dieses Dreieck, also die Pyramide auf dem Kopf von oben nach unten, wie beim Aufzug, da haben wir auch diese Zeichen, von oben nach unten wird uns dieses Bewusstsein gesandt. Wir werden abgeloadet, wir werden downgeloadet, wir werden unser inneres Bewusstsein ganz stark manifestieren und verankern. Das heißt, unsere Intuition wächst, unser Schöpferreichtum in uns wächst und wir werden uns bewusst, die Klarheit findet statt. Innen wie außen, oben wie unten, 2 plus 2 ist 4, eine wundervolle Basis, ein Quadrat. Das heißt, wir sind angebunden mit allen Himmelsrichtungen und vor allem das Universum versorgt uns heute ganz stark in dieser Kraft des inneren Wissens, des Tarots oder der Tora, wie sie auch hier im ursprünglichen Tarot abgebildet ist. Das ist es die Tora, das Wissen, was sich über Jahrtausende angesammelt hat. Und sei dir deiner Fähigkeiten, deiner Intuition und deinem Schöpferreichtum klar bewusst. Dieses hohe Bewusstsein, dieses Isis-Bewusstsein, dieses Mondbewusstsein wird heute ganz eich verstärkt nochmal von den universellen göttlichen galaktischen Reigen. Die Seelengeschwister, die Sterne sind mit uns jetzt sowieso. Pluto reichert uns an, so oder so. Und ich möchte auch nochmal auf die Gerechtigkeit kommen, weil 1 plus 1 gleich Liebe ergibt die zwei. Und dieser Ausgleich findet jetzt in uns von oben nach unten statt, von innen nach außen. Und das ist ganz wichtig, denn nur so können wir dieses Gleichgewicht in uns verankern und aus uns heraus klare Entscheidungen treffen. Bewusste Entscheidungen, bewusst seinen neuen Weg heute in der Quersumme 16 gehen. Das ist so ein Turmmoment, wo man dann sagt, ja, jetzt weiß ich es ganz genau, wo es hingehen darf. Ja, jetzt bin ich mir ganz bewusst, was mein Schöpferreichtum, meine Kreativität, meine Visionen betrifft. Und ich folge jetzt dieser Intuition, diesen inneren Impuls in mir und starte völlig neu durch. Die 22, Masterzahl. Ich wünsche eine wundervolle Zeit.